Richtung Burgtheater über die VNR King-Line und jetzt heißt es schon mal Gas geben für den VNR King 2015! Reiner dabei, aus Österreich, aus Deutschland, aus den Vereinigten Staaten, aus Tschechien, Schweden, Niederlande, Polen, Frankreich, Spanien und so weiter und so fort, alle mit dabei. Ja, da war schon wieder der Russe, Pavel Aletien, der gestern hier zwei Trainingsläufe absolviert hat in seinem Fahrrad, hatte Verspätung am Flughafen und hat sich hier nochmal schnell qualifiziert. So, und da ist nochmal das Mädel für euch Wien, next and nice for Jemma Kubera! Und hinterher noch unser Papst, der Pop, der hat sich hier schnell noch das Innenlager aus meinem Rad ausgebaut, weil ihm das zu Bruch gegangen ist. Sieht so aus, als hätte er es noch rechtzeitig geschafft. Ich hab's bis heute nicht wirklich vorher den Spitzen, wenn er der Pop, der Papst...